Willkommen bei profi-schnapp.de hier im Showroom in Empfingen. Ich habe heute ein ganz besonderes Hausmesse-Schnäppchen für Sie von Willi Schillig. Und zwar ein neues Modell in einer kleinen Formation in einem neuen Leder. Das Stück heißt 238-52, Kombi zweiteilig mit motorischem Sitzauszug, in Leder Z7255 Espresso. Nun, was ist der motorische Sitzauszug? Sie haben hier zwei Tasten und wenn Sie die richtige drücken, ich muss den Tisch etwas vorschieben, dann kommen Sie automatisch in die Liegeposition. Sie haben dann genügend Platz zum Lümmeln, auch ohne Hocker. Bei dem Longchair sowieso, aber hier Platz für die ganze Familie. Sie brauchen nicht dazu aufstehen, der Motor ist stark genug, auch zwei Personen wieder zu bewegen. Muss nur draufbleiben. So, die Kissen sind nicht im Preis enthalten. Was gibt es noch über das Leder zu sagen? Das Leder ist ein mikropigmentiertes Anilinleder von brasilianischer Rohware. Mikropigmentiert heißt, ein leichter Schutz ist drauf, füllt sich samtig weich an, ist pflegeleicht. Aber alle Naturmerkmale sind hier sichtbar, wobei für Sitz und Rücken A Sortiment genommen wird, für Außen B Sortiment. Das heißt, da können mehr Fehler dran sein. Diese Gruppe ist 1A, ich sehe hier keine größeren Merkmale. Eine leichte Wölkung ist drin, sehr schöner Farbton Espresso, bodenfrei gestaltet, wunderbare Garnitur. Wäre das was für Sie? 2,38, 52, bald bei Ihnen zu Hause, mit Sitzauszug, mit mikropigmentiertem Leder, zu einem Wahnsinnskurs, da das Hausmessestück, würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.